Ich begrüße Sie herzlich zur Vorlesung. Ich hatte beim letzten Mal in dem Kapitel 3 begonnen, mich mit Beschreibungen zu beschäftigen. Das Argumentationsziel in diesem Teil der Vorlesung ist immer, zu zeigen, dass die Grundthese des Projektes, dass die Wissenschaft sich vom Alltagswissen primär durch einen höheren Grad an Systematizität unterscheidet, in diesen verschiedenen Dimensionen auszubuchstabieren, also zu konkretisieren. Das heißt eben konkret zu zeigen, dass wissenschaftliche Beschreibungen systematischer sind als Alltagsbeschreibungen. Und das habe ich Ihnen für verschiedene Wissenschaftsgruppen versucht zu belegen. Heute kommen wir zu dem Thema Erklärungen. Wissenschaftliche Erklärungen sind ebenfalls ein großer, wichtiger Bestandteil der Wissenschaft. Und auch hier werde ich versuchen, die These zu belegen, dass die wissenschaftlichen Erklärungen systematischer sind als die Erklärungen im Alltagsleben. Und wir werden sehen, dass wir uns mit verschiedenen Sorten von Erklärungen beschäftigen müssen. Es ist keineswegs so, dass es sozusagen ein Vorbild gibt, wie in den Wissenschaften erklärt wird, sondern es ist sehr heterogen, heterogener, als es einem auch manchmal in der Wissenschaftsphilosophie präsentiert wird. Und ich versuche, einen gewissen Teil dieser Heterogenität abzudecken. Jedes Mal natürlich mit dem Teilziel zu zeigen, dass entsprechende Erklärungsmuster des Alltags weniger systematisch sind als in den Wissenschaften. Zunächst aber noch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen zur letzten Sitzung bezüglich den Beschreibungen. Sie wollen nicht mit mir reden, dann rede ich weiter. Gut, also wir fahren weiter mit den Erklärungen. Und wie immer mache ich natürlich erstmal ein paar Vorbemerkungen, dass wir eigentlich wissen, womit wir es zu tun haben. Und die erste Vorbemerkung ist zunächst, dass man das Beschreiben sehr gut in den meisten Fällen kontrastieren kann mit dem Erklären. Beschreiben und Erklären ist zweierlei. Das Beschreiben fragt so typischerweise danach, was ist der Fall oder was war der Fall, sozusagen was ist die Sache. Und das Erklären stellt typischerweise eine Warum-Frage, warum ist es der Fall oder warum war es der Fall. Also das ist der allererste Zugang mal, wenn man sich anschaut, worin besteht denn der Kontrast zwischen dem Erklären und dem Beschreiben. Was dabei auffällt, also den meisten Leuten fällt das nicht auf, aber ich habe mich jedenfalls darauf trainiert, dass mir sowas auffällt. Nämlich, dass man den Kontrast hier einführt über zwei verschiedene Fragen. Und das ist kein Zufall, wie mir scheint. Das kann man in vielen Gebieten der Philosophie anschauen. Da werden Dinge eingeführt über Fragen, es wird aber nicht explizit gesagt. Ich führe die Unterscheidung über zwei Fragen ein. Und ich führe sie aus dem folgenden Grund über Fragen ein und nicht über was anderes. Also es lohnt sich meines Erachtens ein Augenmerk drauf zu werfen, dass es hier um Fragen handelt. Ich glaube nämlich, Fragen drücken die aktive Wahl einer Perspektive aus. Also wenn Sie eine Frage stellen, machen Sie eine bestimmte Perspektive auf die Sache. Legen Sie eine bestimmte Perspektive an. Also ich habe irgendwelche Vorgänge und ich kann eben die Perspektive darauf anlegen, sag mir doch mal genauer, was hier alles passiert ist. Dann haben Sie die Perspektive der Frage nach der Beschreibung. Und Sie können eben eine andere Perspektive anlegen, dass Sie irgendwie unterstellen, Sie wüssten, womit Sie es zu tun haben, aber Sie fragen sich, warum findet denn das statt? Da gehen Sie irgendwie über die Beschreibung hinaus. Also das scheint mir sozusagen Fragen drücken jedenfalls in manchen Kontexten die aktive Wahl von Perspektiven aus. Aktiv bedeutet, Sie entscheiden, das ist Ihre Perspektive. Es liegt nicht sozusagen in der Sache, dass von vornherein klar ist, die Sache kann man beschreiben oder erklären. Nein, sondern wir kommen dazu, zu irgendetwas, was abläuft oder der Fall ist. Und dann sagen wir, okay, jetzt habe ich einfach verschiedene Fragen. Das bedeutet, verschiedene Perspektiven auf die Sache. Einmal eben deskriptiv und andermal explanatorisch. Und jetzt wird es schon wissenschaftlich, weil ich vornehme, aus Fremdwörter verwende. Also, die Fragen drücken also aktive Wahl von Perspektiven aus. Zweite Vorbemerkung. Das Wort Erklären verwende ich hier so in einem weiten Sinne, dass es das sogenannte Verstehen mit einschließt. Und das ist etwas, was man in Deutschland, im Deutschen einfach besonders sagen muss, weil es hier eine Tradition gibt aus dem 19. Jahrhundert, die in meinen Augen terminologisch extrem unglücklich war, nämlich eine Entgegensetzung von Erklären und Verstehen. Und in dieser neukantischen Tradition, da gibt es einen größeren Kontext, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind die historischen Geisteswissenschaften in der Form, wie wir sie heute noch kennen, entstanden. Und gleichzeitig gab es die Bewegung nach Abflauen, Zusammenbruch, was auch immer, des deutschen Idealismus in der Philosophie, diese Bewegung zurück zu Kant und einen Neukantianismus. Und vom Neukantianismus her hat man Werkzeuge in der Hand gehabt, um die Naturwissenschaften zu analysieren, aber die entstehenden Geisteswissenschaften waren irgendwie anders. Und um dieses Anderssein der Geisteswissenschaften, die auch ein neues Selbstbewusstsein natürlich sich erstmal erarbeiten mussten, nachdem die Naturwissenschaften sozusagen jetzt auch den kulturellen Raum betreten haben, da verhalten da Naturwissenschaftler plötzlich dann geistvolle Reden zu irgendwelchen geistvollen Ereignissen. Und in diesem Raum mussten sich also die Geisteswissenschaften auch neu positionieren und behaupten und unter anderem auch methodisch sich abgrenzen von den Naturwissenschaften. Und das geschah über das Begriffspaar Erklären und Verstehen, meines Erachtens extrem unglücklich, Sie werden auch gleich sehen, warum. Und dass man sagte, das Erklären ist die Aktivität, die man in den Naturwissenschaften findet, und das Verstehen ist dasjenige, was spezifisch ist für die Geisteswissenschaften. Nun, warum ist das unglücklich? Weil sich das mit dem alltäglichen Sprachgebrauch der Wörter Erklären und Verstehen überhaupt nicht deckt. Weil ich selbstverständlich in beiden Gebieten, sowohl in Naturwissenschaften als auch in Geisteswissenschaften, in irgendeiner Situation sagen kann, ich verstehe X nicht, kannst du mir das erklären? Sie können sowohl in Naturwissenschaften, ich verstehe überhaupt nicht, wieso dieses blöde Messinstrument jetzt diese idiotischen Zahlen anschaut, kannst du mir das erklären, was dieses blöde Instrument macht? Oder Sie haben irgendeinen Sonett vor sich und sagen, ich verstehe einfach nicht, was hier einfach warum folgt, diese fünfte Zeile, was hat jetzt die zu tun eigentlich? Wieso kommt jetzt die am Ende? Ich verstehe das einfach nicht, was jetzt hier einfach passiert. Also wir können im Alltag selbstverständlich mit Erklären und Verstehen in den unterschiedlichsten Bereichen Geistes- und Naturwissenschaften operieren. Es gibt keine von der Sprache her, von der deutschen Sprache her, sozusagen inhärenten, massiven Gegensatz zwischen Erklären und Verstehen, der sich eignen würde, leicht idealisiert an die beiden Wissenschaftsgruppen zu charakterisieren. Am besten versteht man diese Entgegengesetzung der Termini, so wie sie intendiert waren, aber das muss man dazu sagen, so wie sie intendiert waren, als die Einführung zweier Termini techniki, also zweier Fachwörter, sozusagen erklären, mit Index Terminus technicus, bedeutet für die Naturwissenschaften dies und jenes, und verstehen, mit Index Terminus technicus, bedeutet für die Geisteswissenschaften das Folgende. Dann ist die Sache sinnvoll, das ist aber nicht passiert und insbesondere haben nachfolgende Generationen von Philosophen, Literaturwissenschaftlern, wer sich alles damit beschäftigt hat, nicht gemerkt, dass das gemeint war als Termini technici. So ähnlich, was man auch findet, habe ich aus der Physikdidaktik gelernt, dass es für Physiklehrerinnen und Lehrer schwierig ist, dass die Schüler am Anfang, wenn sie den Begriff der Trägheit hören, können, dass sie den nicht mit Faulheit assoziieren. Also das ist natürlich aus einem Schülerleben die lebenswildliche Zusammenhang, dann denken die, ah, Trägheit, Materie ist träge, faul, klar, da bin ich ja toll, bin ich ja auch so wie die Materie. Also das ist nicht gemeint, sondern Trägheit ist ein Terminus technicus in der Physik, der eine bestimmte Rolle spielt und den muss man verstehen und dann darf man nur dort verwenden, ebenso wie der Begriff der Kraft Terminus technicus ist. Also wenn die Physiker darüber reden, dann machen die auch keinen, dann wissen die das, dass sie Kraft und Trägheit im Sinne der Physik meinen. Wenn dann Laien darüber reden, wissen sie es eventuell nicht, für den Fall der Diskussion um Erklären und Verstehen, hat das zu einer heillosen Verwirrung geführt, also die sehr, sehr unglücklich ist, die sollte man auch aufgeben. Man sollte einen Kontrast machen zwischen Geisteswissenschaften auf der einen, Sozialwissenschaften und den Naturwissenschaften auf der anderen Seite. Ich werde auf den zu sprechen kommen, aber man sollte ihn meines Erachtens nicht mit den Terminen erklären und verstehen, einfahren wollen, weil man dadurch nur hauptsächlich Verwirrung stiften kann. Da ist natürlich auch ein vernünftiger Kern drin mit diesem Verstehen, ich werde darauf eingehen in dem entsprechenden Unterkapitel. Also nur, man sollte eben vorsichtig sein und hier habe ich den größeren Ehrgeiz, also selbstverständlich auch das geisteswissenschaftliche Verstehen mit abzudecken. Erklären in einem weiten Sinn bedeutet dann etwas, so kann man es negativ eigentlich nur zunächst charakterisieren, was über das Beschreiben hinausgeht. Wenn Sie eine Erklärung wollen, sind Sie mit einer Beschreibung der Sache nicht zufrieden, sondern Sie wollen irgendwie darüber hinausgehen in einem Sinne, Sie wollen eben Warum-Fragen und Wie-Fragen beantwortet haben. Das ist jetzt relativ vage und mit großer Absicht, weil der Erklärungsbegriff, wenn man den genauer anschaut, einfach eine Fülle von Facetten hat und man hier am Beginn, wenn man sagt, hier, worüber möchte ich hier reden, diese Facetten noch nicht weg abstrahiert oder einengt, sondern dass wir hier in voller Breite und völlig offen jetzt über wissenschaftliche Erklärungen sprechen können und auch Erklärungen im Alltag. Also die zweite Bemerkung, hier wird nicht von vornherein sozusagen Wissenschaftsimperialismus betrieben, wenn der Titel Erklärungen heißt, sondern selbstverständlich sind die Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften mit an Bord, wie sie nachher sehen werden, wenn ich über Literaturwissenschaften und Geisteswissenschaften im Allgemeinen sprechen werde. Dritte Bemerkung, dritte Vorbemerkung. Ich werde mich auf das Erklären hier nur insoweit beziehen, als es um die Erklärung von irgendwelchen Einzelfänomenen im Unterschied zur Erklärung von Gesetzen oder Theorien geht. Also es gibt in den Wissenschaften, in den Naturwissenschaften insbesondere eben auch Erklärungen von Gesetzen und Erklärungen von Theorien. Die haben gewisse Ähnlichkeiten mit den Erklärungen von Phänomenen oder Phänomenklassen. Ich werde mich aber auf die nicht beziehen und der Grund ist neben der Faulheit die Tatsache, dass es zu dem Letzteren kaum korrespondierende Alltagsaktivitäten gibt. Ich muss also für die Begründung meiner These diese Aktivitäten nicht berücksichtigen. Die müsste ich ja nur berücksichtigen, wie gesagt, wenn es Alltagsphänomene des Erklärens von Theorien gäbe und dann müsste ich zeigen, dass die entsprechende wissenschaftliche Aktivität systematischer ist, nachdem diese Alltagsaktivität des Erklärens von Gesetzen oder Theorien kaum vorhanden ist, kann ich mir diesen Teil schenken. Im Übrigen ist das sowieso ein so gewaltiges, weites Feld, dieses Erklären, auch das am besten abgegraste in der Wissenschaftsphilosophie. Also viele Bände mit vielen hundert Seiten gibt es dazu ein kaum totzukriegendes Thema. Es gibt einfach sehr viele Aspekte. Also, das ist eine gewisse Einschränkung. Und schließlich, ich kann auch keine abschließende Liste von Erklärungstypen behandeln. Es wäre natürlich schön, wenn ich Ihnen sagen würde, hier, das sind jetzt die 19 Erklärungstypen, die es gibt und die behandle ich jetzt alle. Und überall zeige ich, jede wissenschaftliche Erklärung ist systematischer als die korrespondierende Alltagserklärung. Es gibt keine abschließende Liste von Erklärungstypen. Es gibt so ein paar Sachen, die untersucht sind. Niemand hat bisher den Versuch unternommen, soweit ich weiß, eine abschließende Liste vorzulegen. Die habe ich deswegen auch nicht. Ich habe auch nicht den Anspruch, eine zu haben. Ich werde einen Teil, einen Typ von Erklärungen, nicht behandeln, auch von Erklärungen von Phänomenen, nämlich da, wo es um Erklärungen mittels Modellen geht. Auch das ist ein Abend-Nachmittags-Füllendes Programm. Modelle heute in Wissenschaften sind extrem heterogen, wie die verwendet werden, werden auch in Erklärungen verwendet. Ich werde sie aber hier nicht als Sonderklasse behandeln, auch wieder, sonst verliere ich mich vollkommen bei den Erklärungen. Und der weitere Grund ist der, neben ihrer Heterogenität, dass sie typischerweise ähnlich sind wie andere Erklärungstypen, die, die ich nämlich behandeln werde. Nämlich Erklärungen mittels Theorien und Erklärungen mittels empirischen Verallgemeinerungen, die funktionieren im Wesentlichen so, wie die Erklärungen mittels Modellen. Naja, also ich habe einfach generell das Problem, ich kann nicht alles behandeln, Wissenschaft ist so ein Riesending, ein paar Sachen muss ich weglassen. So, und jetzt können wir loslegen. Und zwar werde ich Ihnen jetzt sagen, um welche Erklärungstypen ich mich kümmern werde, jetzt in dieser Sitzung insbesondere. Das sind die Erklärungen mit empirischen Verallgemeinerungen. Empirische Verallgemeinerungen hatten wir schon gesehen bei den Beschreibungen, also sind die Weise, wie Laborwissenschaften typischerweise ihre Befunde zunächst mal ordentlich beschreiben, damit den empirischen Verallgemeinerungen kann man eben auch erklären. Dann Erklärungen mit Theorien, das unterscheidet sich irgendwie von den Erklärungen mit empirischen Verallgemeinerungen. Dann die Erklärung menschlicher Handlungen, da werden wir auf einen ganz, einen relativ unterschiedlichen Erklärungstyp kommen. Dann die Fragen, ob diese Erklärungen letzten Endes irgendwie identisch sind oder nicht, ist eine Frage, die in der Philosophie sehr viel diskutiert wird, die ich hier aber nicht behandle, sondern ich nehme die Erklärungen so, wie sie zunächst mal daherkommen. Ob man die letzten Endes aufeinander reduzieren kann, ist eine Frage, die außerhalb meiner im Moment bestehenden Interessen liegt. Dann reduktive Erklärungen, das ist auch etwas sehr Wichtiges für sehr viele Wissenschaften. Dann historische Erklärungen, die manchmal ganz anders sind als die Erklärungen in den Laborwissenschaften. Dann Erklären und Verstehen in den Geisteswissenschaften. Dort werde ich auf diese Themen, diese Spezifizität des womöglich geisteswissenschaftlichen Verstehens eingehen. Erklärungen in den Literaturwissenschaften, die nochmal sehr speziell sind, weil die Literaturwissenschaften es mit fiktionalen Texten zu tun haben primär und da andere Erklärungstypen eine Rolle spielen. Also das sind die verschiedenen Typen, auf die ich eingehe. Sie werden sehen, das wird relativ heterogen werden. Das ist natürlich der Witz der Sache. Damit ist es wieder so, dass ich natürlich große Gruppen von Wissenschaften mit einem Schlag in einem Streich erledige. Also bei dem Verstehen in den Geisteswissenschaften sind dann alle, die solche Verstehensakte behaupten von sich zu haben, die werden dann abgedeckt und bei den historischen Erklärungen natürlich eine große Klasse von historischen Wissenschaften, sehr unterschiedlicher Art. So, dann fangen wir an mit den Erklärungen, mit empirischen Verallgemeinerungen. Die sind in der Wissenschaftsphilosophie eigentlich ziemlich gut untersucht. Da gibt es eine relativ lange Tradition. De facto ist es so, was die Wissenschaftsphilosophen da gemeint haben, in den 30er Jahren, 40er Jahren dort neu zu machen, dass das längst bekannt war im Neukanzianismus in der Debatte von Erklären und Verstehen. Das haben also die Leute im Neukanzianismus längst verstanden gehabt, ist da natürlich irgendwie vergessen gegangen oder die Philosophen der analytischen Richtung der 30er Jahre waren zu ungebildet, um irgendwas davon gehört zu haben und dann haben sie es einfach neu erfunden. Der Sache nach ist das jedenfalls das Gleiche, was dort im 19. Jahrhundert schon bekannt war. Es handelt sich also um Erklärungen, die empirische Verallgemeinerungen benutzen und empirische Verallgemeinerungen haben grob gesagt die Form, immer wenn A, dann B. Also wenn sie irgendwas, weiß nicht, haben einen Zusammenhang von, was nehmen wir ein Keplerisches Gesetz zum Beispiel, das erste Keplerische Gesetz, alle Planeten bewegen sich auf Ellipsen, dann kann man das sagen in dieser Form, immer wenn etwas eine Planetenbahn ist, dann ist es eine Ellipse. Nicht umgekehrt, aber immer wenn etwas eine Planetenbahn ist, dann ist es eine Ellipse, jedenfalls in erster Näherung. In zweiter Näherung schon nicht mehr. Also, das gibt es natürlich auch quantitativ und statistisch. Ich habe schon darüber gesprochen, über die empirischen Verallgemeinerungen, in dem Abschnitt über Beschreibungen. Im wissenschaftstheoretischen Prototyp von Erklärungen werden diese empirischen Verallgemeinerungen verwendet, und zwar ist das sogenannte Hempel-Oppenheim-Schema. Hempel ist der Philosoph, Oppenheim war auch Philosoph, aber hat vor allen Dingen den Hempel auch ein bisschen durchgefüttert, wie es schlechter ging, und dann durfte er auch auf ein paar Papers mit dabei sein. Das Hempel-Oppenheim-Schema, andere sprechen vom Popper-Hempel-Schema. Wie gesagt, das sind alles Leute aus dem 20. Jahrhundert, sowieso witzlos, weil im 19. Jahrhundert das bei Dillte in völliger Klarheit da ist. Also die können sich ruhig darum ihre Namen streiten, sowieso wurscht. So, und als Beispiel, das ist ein Beispiel, glaube ich, das sogar von Hempel stammt, wenn ich mich recht erinnere. Sie haben nach einer Frostnacht, etwas vielleicht für die Jüngeren, sowas gab es früher, dass es in der Nacht dann so kalt war im Winter, dass also Frost war, und dann gab es früher auch Autos, die hatten Wasserkühlung. Und wenn Sie bei der Wasserkühlung kein Kühlmittel reinschütten, dann platzt Ihnen über Nacht eventuell der Kühler, und das ist natürlich ein ganz schlechtes Ereignis. Und die Frage ist zunächst mal nicht, sich zu entschuldigen, sondern die Frage zu erklären. Also warum passiert das eigentlich? Und die Erklärung läuft eben über die Ausdehnung von Wasser beim Gefrieren. Wasser ist eben eine extrem merkwürdige Flüssigkeit, extrem kompliziert. Wasser ist nicht H2O. Können Sie gerade vergessen, Wasser ist einfach nicht H2O. Auch wenn Sie es 50 Jahre lang gelernt haben, es ist falsch. Wasser ist nicht H2O. Alle, die wirklich was von Wasser wissen, wissen das. Mittlerweile gibt es sogar ein ganzes Buch. Water is not H2O. Ist einfach nicht. Also die sogenannte Anomalie des Wassers beim Ausdehnen. Das Dehntjern macht einfach eine Volumenzunahme von größtenartig 10% durch den Übergang in die andere Phase, weil sich eben aus der Flüssigkeitsphase bilden sich dann eben Kristalle, und das nimmt mehr Volumen ein. Und der Kühler, der macht was ganz anderes, wenn der ein ganz normales Metall ist, dann zieht sich immer so ein bisschen zusammen und wird immer spröder. Und wenn das Wasser dann dagegen drückt, dann platzt der einfach. Und abstrakt kann man die Sache so erläutern, also wie die Erklärung des geplatzten Kühlers nach einer Frostnacht aussieht. Erkläre einen Zustand B0, das ist das. Der Kühler ist geplatzt in der Früh. Und die Erklärung läuft so. Es gibt eine Situationsbeschreibung, eine konkrete Situation, in der das Explanandum, das zu Erklärende, stattgefunden hat. Also, es war eine Frostnacht. Das ist die Situationsbeschreibung. Also Frostnacht heißt, Temperatur deutlich unter Null. Und es gibt eine Regularität, immer wenn A dann B, und die Regularität ist eben die, immer wenn Wasser gefriert, dann dehnt es das Volumen aus. Und das sind jetzt sozusagen die wesentlichen Elemente. Und daraus können Sie dann folgern, wenn Sie dann Wasser in diesem Kühler drin haben, dass dann aufgrund der Ausdehnung des Wassers der Kühler platzt. Und jetzt sagen Sie, aha, jetzt verstehe ich, warum der Kühler platzt. Das liegt also an dieser Anomalie, der dichte Anomalie des Wassers beim Gefrieren. Das ist eben sehr merkwürdig. Also auch die ist extrem wichtig, das Wasser die höchste Dichte bei 4 Grad hat und so weiter. Das sind alles extrem wichtige Sachen von Wasser. Ohne Wasser wäre es hier auf der Erde nicht so lustig für uns. Abgesehen davon, dass es uns gar nicht gäbe, aber dann wäre es auch nicht lustig. So, also das ist sozusagen das Schema, das sogenannte Hempel-Opnheim-Schema der Erklärung. Man braucht eine Situationsbeschreibung, man braucht ein passendes Gesetz. Und dann können Sie aus der Situationsbeschreibung und dem Gesetz das zu Erklärende ableiten. Und irgendwie haben wir das Gefühl dann, jetzt haben wir das verstanden. Und das liegt eben an diesem, die Hauptlast liegt natürlich bei diesem Gesetz, weil Ihnen das Gesetz sozusagen das Zwangsläufige dieser Wasserausdehnung, das bedeutet ja Gesetz, dieses Zwangsläufige der Wasserausdehnung mitgibt und aus dem können Sie dann sagen, okay, in dieser Situation ist dieses Zwangsläufige der Wasserausdehnung, klar, dann platzt der Kühler. Und dann haben Sie verstanden, was da passiert ist. Dann sagen Sie nicht mehr, rufen natürlich den ADAC oder wen immer Sie dort oder den Grünen entsprechenden Verein, um den Kühler zu flicken und kaufen beim nächsten Mal ein luftgekühltes Auto oder gehen früher mit dem Frostschutzmittel dahinter. Also die Erklärung macht irgendwie einsichtig, das ist jetzt ein neutraleres Wort, weder erklären noch verstehen, sondern macht irgendwie einsichtig, warum dieses B0 hat kommen müssen. Und dann sehen Sie, aha, deshalb. Und dann haben Sie es verstanden, was dort passiert ist. Also so funktioniert das typischerweise mit den empirischen Verallgemeinerungen. Also wenn man genauer hinschaut, ist das alles viel, viel komplizierter. Also viel, viel, viel komplizierter. Das ist sozusagen nur die Grundidee und es gibt also eine jahrzehntedauernde Diskussion über die Adäquatheit dieses Erklärungsschemas, das in vielen Fällen dann nicht funktioniert, da muss man Zusatzannahmen und alles Mögliche machen. Aber die Grundidee ist schon die, wie man an diesem Kühlerbeispiel sieht, dass sich irgendwie über ein Gesetz, das da involviert ist, in solchen Fällen jedenfalls, also eine Regularität, die in diesem Fall Gesetzescharakter hat, dass ich dadurch irgendwie eine Einsicht bekomme, warum dasjenige, was mich hier überrascht, hat passieren müssen und warum es eigentlich nicht überraschend ist. So, analog haben wir natürlich Alltagserklärungen, die genau so funktionieren. Also, Sie nehmen ein Beispiel, warum ist Christine denn zu spät gekommen? Na ja, Christine kommt doch immer zu spät. Also, irgendjemand lädt die Christine zum ersten Mal ein und dann kommt die eine Dreiviertelstunde zu spät und dann sagen, ja, was ist denn mit der Christine? Und so sagen die anderen, die sie viel besser kennen. Christine kommt immer zu spät. Dann haben Sie es verstanden, was da los ist. Und laden Christine sofort wieder ein. Gut. Ja, das kann als Prototyp schon genügen. Wenn Sie solche Arten von Erklärungen jetzt vergleichen, also da haben Sie einfach auch eine Regularität, Christine kommt immer zu spät. Und dann wenden Sie es für ein Einladung, also bei Einladungen, dies ist eine Einladung, Christine kommt zu spät, klar. Im Vergleich zu wissenschaftlichen Erklärungen sind solche Erklärungen natürlich sozusagen sehr, sehr grob. Also grob, die sind nicht quantitativ. Viele wissenschaftliche Erklärungen sind selbstverständlich quantitativ. Sie sind oft nicht explizit. Also das Gesetz, das man dann, oder die Verallgemeinerung, die man da verwendet, die ist manchmal nur implizit. Die müssen Sie dann raussaugen, wenn Sie sowas anschauen, genauer anschauen. Hier ist sie explizit. Christine kommt immer zu spät. Meistens auch schlecht überprüft. Also sowas, dass Christine immer zu spät ist, hat natürlich niemand Statistik geführt. Vielleicht stimmt das ja nur in 80% der Fälle. Vielleicht ist es aber so, dass sie auch nur in 20% der Fällen zu spät kommen und die bleiben einem im Gedächtnis hängen, weil man sich so drüber geärgert hat. Und die 80%, die bucht man ab als quasi ungeschickt. Also, das ist alles oft genug ein glattes Vorurteil, wie wir auch im Alltag mit solchen Verallgemeinerungen umgehen, insbesondere im sozialen Bereich, haben wir ja die nettesten Verallgemeinerungen oft. Ich hatte Ihnen ja beim letzten Mal auch ein besonders gelungenes Exemplar einer solchen Verallgemeinerungen vorgestellt. Also, die Struktur ist dennoch die gleiche. Es ist so, dass man auch vielfach im Alltag mit solchen Allgemeinsätzen und Allgemeinplätzen Dinge zu erklären meint. Das Muster ist das Gleiche in den Wissenschaften, also in manchen Wissenschaften, in manchen Kontexten, nur man kann ernsthaft sagen, es ist wirklich einfach systematischer, wie das gemacht wird in der Wissenschaft. Die wissenschaftliche Erklärung wird die entsprechende Verallgemeinerung erstmal explizit machen. Also schreib mal das Gesetz hin, mit dem du hier eigentlich erklärst oder die Verallgemeinerung, überprüfe das, schau auch eventuell, ob es mögliche alternative Erklärungen gibt. Also, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Die Frage des Abwägens von alternativen Möglichkeiten ist etwas, was in den Wissenschaften hochgepflegt ist, im Alltag nicht immer hochgepflegt ist, sondern im Alltag geht es da relativ holzschnittartig bisweilen zur Sache. Und das ist diese mangelnde Differenzierung und der mangelnde systematische Charakter oder der geringere systematische Charakter von den Erklärungen im Alltag, die von empirischen Verallgemeinerungen Gebrauch machen. Das scheint mir relativ offensichtlich. Sollten sich Fragen bei Ihnen einstellen, dürften Sie die trotzdem stellen, selbstverständlich. Ich lasse das unkommentiert, dass Sie keine Fragen stellen und gehe weiter zum Thema der Erklärung mit Theorien. So, die sind ähnlich, diese Erklärungen durch Theorien, wie mit den empirischen Verallgemeinerungen, aber da gibt es so ein paar kleinere Unterschiede. Zunächst mal muss man sich klar sein, worüber sich die Wissenschaftsphilosophie nicht immer klar ist, wenn man jedenfalls das Gesamtgebiet des vom deutschen Wort Wissenschaft abgedeckten Bereichs nimmt, den Gesamtbereich nimmt, dann ist Theorie, das Wort Theorie, in den Wissenschaften extrem heterogen verwendet. Also mit Theorie ist fast noch gar nichts gesagt. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Also, wenn man über Zahlentheorie spricht, das ist ein Teilgebiet der Mathematik, dann heißt das sozusagen nur zufällig Theorie hier. Es heißt halt Zahlentheorie. Es ist eine mathematische Disziplin, wie andere mathematischen auch. Es ist nicht irgendwie theoretischer oder sowas. Dann die Quantentheorie ist eine Theorie der Physik, einen bestimmten Charakter, eine Art systematische Theorie, im Gegensatz etwa zur Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie ist eine Theorie, die hat irgendwie historischen Charakter, den die Quantentheorie zumindest, wenn man sie mal auf den ersten Blick anschaut, nicht hat. Womöglich hat sie den irgendwie implizit, also da wird ja auch gestritten drüber. Also die Evolutionstheorie hat zweifellos auch einen empirischen, historischen Charakter auf eine Weise, wie es die Quantentheorie nicht hat. Wenn Sie den Begriff der Theory of Mind nehmen, das ist ein völlig anderer Begriff, da geht es darum, und das ist ein Begriff aus der Verhaltenslehre, also der Ethologie, Verhaltenswissenschaften, eine Theory of Mind finden, dieser Ausdruck wird verwendet, wenn Sie die Annahme machen, dass das Mitglied einer bestimmten Spezies eine Vorstellung davon hat, dass ein anderes Mitglied der Spezies Vorstellungen hat. Also, Sie können nachweisen, manchmal durch Experimente, dass ein Tier ein anderes Tier beobachtet und sieht, wie dieses Tier es beobachtet und sich dann anders verhält, weil es weiß, aha, der hat das gesehen. Also Tiere, die sowas machen, das ist bei Primaten das Standard, dass die sowas haben, dann spricht man, dieses Tier hat eine Theory of Mind, nämlich eine Theory of Mind des Anderen. Der sieht den Anderen also nicht einfach als einen physischen Gegenstand, sondern jedenfalls kommt im Verhalten zum Ausdruck, dass dieses Tier sich sozusagen Gedanken macht, das ist jetzt eine sehr anthropomorphische Redeweise, dass diesem Tier irgendwie präsent ist, dass auch dem anderen Tier was präsent ist, dass das andere Tier was sieht. Also, zum Beispiel wartet ein Tier, das ist ein fiktives Beispiel, mag ein Tier, wenn es eine Beute hat, warten, die Beute zu verstecken, bis der andere weggegangen ist. Also da kann man Experimente machen, also das ist so ein Typ von Experiment, dass sie sagen, versteckt er seine Beute, wenn die anderen zuschaut, oder versteckt er die Beute erst, wenn der andere wegschaut. Und da gibt es einfach Fälle, wo dann manche Tiere in diesem fiktiven Beispiel jetzt die Beute erst verstecken, wenn der andere nicht mehr zuschaut. Und daraus sehen Sie, wenn das regelmäßig ist, reproduzierbar ist, dann scheint das so zu sein, dann hat er irgendeine Theory of Mind, weil er merkt, dass das Verstecken keinen großen Sinn macht, wenn der andere zuschaut. Sondern Sie müssen verstecken, wenn niemand anderes. Also wir Menschen wissen das relativ gut und praktizieren das ja auch in vielen Kontexten in verschiedenen Variationen, aber das können also schon Primaten ganz gut. Das ist völlig klar und es gibt dann viel noch komplexere Sachen, in denen einfach sowas eine Rolle spielt. Theory of Mind heißt das. Das ist natürlich eine völlig andere Bedeutung von Theory hier, als wir sonst bei Evolutionstheorie oder Quantentheorie haben. Dann, wenn wir sowas haben, was Sie in der Philosophie womöglich mal hören, eine philosophische Wahrheitstheorie. Dann haben wir auch hier eine Theorie der Wahrheit. Wenn man sich fragt, was für einen Charakter hat denn diese Theorie jetzt von Wahrheit? Dann läuft das drauf hinaus irgendwie auf eine Explikation von dem, was Wahrheit ist. Und womöglich kommt dann noch irgendwas dazu, aber es ist natürlich wieder ein ganz anderer Theorie-Typ. Es ist nicht sowas wie Quantentheorie, es ist selbstverständlich keine empirische, oder naja, werden vielleicht auch noch welche sagen, vielleicht ist es auch eine empirische Theorie. Auf jeden Fall, das ist was anders, weil Sie über Wahrheit sozusagen anders theoretisieren, als Sie über Evolution oder über Zahlen theoretisieren. Das ist also wieder irgendwie was anderes. Oder, wenn Sie von feministischer Theorie hören, dann klingt das so, als sei das jetzt auch irgendwie sozusagen ein geschlossenes, ein geschlossenes Gebilde, die feministische Theorie. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Die sogenannte feministische Theorie ist ein extrem heterogenes, ein Gebilde mit extrem unterschiedlichen Meinungen, heftigen Kämpfen der Feministinnen untereinander bezüglich Zielen, aber auch bezüglich den theoretischen Dingen, um die es im Feminismus geht. Also es ist ein extrem heterogenes Gebilde und die feministische Theorie, das ist ein Kollektiv-Singular, natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit Quantentheorie oder Zahlentheorie oder Wahrheitstheorie. Das ist wieder was völlig anderes. Eine Kollektion von Ansätzen, Bewegungen, eventuell sogar politischen Bewegungen, je nachdem, welchen Theoriebegriff Sie dort haben, dass man sagt, man kann hier im Feminismus oder in anderen politisch motivierten Bewegungen, kann man gar nicht auseinandernehmen den Theorie, sozusagen den Theoriegehalt, das theoretische Verhalten und das politische Engagement, sondern es gibt dann Richtungen, die sagen, nein, feministische Theorie hat notwendigerweise das politische Engagement als Teil, was Sie bei der Zahlentheorie wahrscheinlich bei wenigen Mathematikerinnen und Mathematikern nur finden. Also ähnlich heterogen geht es zu, wenn man nachschaut, was ist Literaturtheorie, also ich weiß gar nicht, ob das deutsche Wort hier wirklich gut ist, also Literary Theory, ich habe mir das im Englischen vor allen Dingen angeschaut und das ist ähnlich, ist extrem heterogen, ist keineswegs so, dass man da irgendwie eine geschlossene Theorie hat, also etwas wovon das Klischee ist, es sei eine geschlossene Theorie. Das gilt sowohl für Quantentheorie als auch Evolutionstheorie. Da hat man so das Gefühl, das sind relativ geschlossene Sachen. Wenn man genauer hinschaut, sind auch die wieder wabbelnd und interpretationsbedürftig, aber wenn Sie hier bei feministischer Theorie, der Literaturtheorie, da springt einem die innere Heterogenität also an, wenn man nur einmal drauf schaut. Das sind einfach extrem verschiedene Dinge. Das Wort Theorie ist einfach für alles gut, offensichtlich, um das alles Mögliche abzudecken. Man muss also sehr genau auf den Kontext schauen, auch wenn man jetzt eben die Frage stellt, wie wird denn mit Theorien erklärt, weil das eben sehr davon abhängt, um welchen Typ von Theorie es sich eigentlich handelt. Und das ist hier nur eine Auswahl, um Ihnen die Heterogenität vor Augen zu führen. Ich werde jetzt im Folgenden mich da beschränken, auf Theorie im Sinne der Natur- und Sozialwissenschaften und dann erst später, wenn ich zu den Geisteswissenschaften gehe und der Literaturwissenschaften noch den Rahmen dann wieder etwas weiter aufmachen. Zunächst aber jetzt Theorie im Sinne der Natur- und Sozialwissenschaften und auch dort ist die Breite und Unterschiedlichkeit von Theorien riesig, wenn Sie anschauen, eben Quantentheorie, Evolutionstheorie, wenn man in die Chemie beispielsweise geht, die Theorie der homöopolaren Bindung, dann, wenn Sie in die Geowissenschaften gehen, die Theorie der Plattentektonik, dann in der Linguistik die Theorie der generativen Transformationsgrammatik, das ist die Theorie, die einfach von irgendwie angeborenen Strukturen linguistikähnlichen oder linguistik grundlegenden Strukturen ausgeht. Die Struktur-Funktionalistische Theorie ist in der Soziologie, wo Sie verstehen, wo Sie versuchen, bestimmte soziale Konstellationen von Ihrer Struktur und Funktion her zu verstehen. Dann die Gestalttheorie, eine Wahrnehmungspsychologische Theorie, letzten Jahrhundert, in den 30er Jahren, von großer Bedeutung, heute etwas im Hintergrund. Dann in der Ökonomie die Theorie des allgemeinen Gleichgewichts, wo Sie Märkte beschreiben über Gleichgewichtstheorien. Also da gibt es jede Menge, auch diese Arten der Theorien sind noch innerhalb dieses ausgestanzten Gebietes der Natur und Sozialwissenschaften noch extrem heterogen, weil sie zum Teil eben historisch sind, zum Teil nicht historisch, zum Teil ganz systematisch, zum Teil, also Theorie der homöpularen Bindung ist etwas viel engeres wieder und so weiter. Also das ist sehr, sehr heterogen. Man muss einfach immer auf den Kontext schauen, wenn von Theorie die Rede ist, was da gemeint sein könnte. Etwas kann man sagen, jedenfalls in diesem Bereich, nicht im Bereich der Mathematik, aber im Bereich dort ist wieder eine andere Situation. Bei Zahlentheorie gilt das nicht, sondern in den Natur- und Sozialwissenschaften gilt das aber, dass Theorien grundsätzlich einen hypothetischen Charakter haben. Und das ist auch mit Theorie sozusagen ausgeflackt. Das wird Ihnen gesagt, wenn etwas als Theorie daherkommt, dann wird ich sagen, das hat grundsätzlich hypothetischen Charakter. Dieser hypothetische Charakter, der kann auch unterminiert werden. Also wenn Sie heute mit Biologen beispielsweise sprechen, dann werden manche der Biologen sagen, die Evolutionstheorie, das ist ein Faktum. Das ist nicht mehr Theorie, das ist nicht mehr hypothetisch, sondern das ist ein Faktum. Ob das dann stimmt oder nicht stimmt, ist wieder eine andere Frage. Zunächst mal kommt jedenfalls mit dem Wort Theorie, kommt dieser grundsätzliche hypothetische Charakter ins Spiel, wenn auch in sehr unterschiedlichem Maße. Und das hat zwei verschiedene Wurzeln. Das erste ist, dass Theorien typischerweise einen vergleichsweise großen Allgemeinheitsgrad haben. Also auf sehr, sehr viele Sachen werden die angewendet. Also wenn Sie jetzt, manchmal ist der atemberaubende, das ist die Quantentheorie, wo man sagt, die kann man einfach auf alles anwenden und das ist dann doch relativ viel. Also es stimmt ja auch nicht ganz, aber jedenfalls auf ganz schrecklich viel oder wenn Sie jetzt die Chomsky-Linguistischen Theorien nehmen, dann haben die den Anspruch wirklich auf alle Sprachen gleichzeitig, also in gleicher Weise zuzutreffen. Sie erinnern sich vom letzten Mal, wir haben ja so Größenordnung 6000 Sprachen und für alle diese Theorien behauptet dann die Transformations-Theorie, nicht Transformations- generative Grammatik dort sozusagen die Grundlagenstheorie zu sein. Also das ist mal das eine und je größer die Allgemeinheit, desto größer natürlich auch der hypothetische Charakter, weil Sie dann irgendwas Komisches finden können, wo es dann doch nicht stimmt und das bedeutet eben, ja, wir gehen halt ein Risiko ein. Das Hauptrisiko liegt aber daran, dass Theorien immer Bezug nehmen auf sogenannte theoretische Entitäten oder theoretische Eigenschaften und damit ist gemeint, dass in Theorien entweder Entitäten, also irgendwelche Dinge als existierend angenommen werden oder bestimmte Eigenschaften von bekannten Dingen als existierend angenommen werden und das eine Hypothese darstellt, nämlich in dem Sinne, dass Sie die nicht direkt beobachten können. Also zum Beispiel die kopernikanische Theorie des Planetensystems nimmt an, dass die Bewegung der Sonne am Himmel keine wirkliche Eigenschaft der Sonne ist, sondern dass die Sonne in einem bestimmten Sinn in Ruhe ist. Und diese Ruhe können Sie nicht beobachten, sondern es ist eine theoretische Eigenschaft der Sonne. Oder aber, wenn Sie jetzt moderne Sachen nehmen, der Big Bang zum Beispiel, der sogenannte Urknall, also Beginn des Universums, da vor 13 noch was Milliarden ist natürlich etwas, was man nicht direkt beobachten kann, sondern man nimmt das an, das ist einfach eine Theorie. Oder aber noch viel sozusagen im Moment brennender und schärfer, die heutige Physik nimmt an, dass 95% der Materie, die es im Universum gibt, von einer Art ist, beziehungsweise von zwei Arten ist, die uns ein völliges Rätsel darstellen. Wir kennen also 5% der Materie kennen wir, wir haben auch für die keine wirklich befriedigende geschlossene Theorie, das ist die bekannte Materie, die wir also eben sehen können und mit verschiedenen anderen Möglichkeiten erforschen können, aber von dem anderen, die sogenannte dunkle Energie und die dunkle Materie, da wissen wir also gar nichts. Wir wissen nur, also sagen die Physiker, die Astrophysiker, die Kosmologen, das muss es geben, sonst ist es schlecht, sonst ist es ganz schlecht, sonst kommen wir einfach mit manchen Zahlen überhaupt nicht klar und das muss es einfach geben, wir haben aber keine Ahnung, was es ist. Also die Physik ist in einem, meines Erachtens finde ich immer wieder und wenn ich mit Physikern rede, bestätigen die mir das auch, aber die Physik macht es sozusagen nicht offen vorwärts und sagt das in einem unsäglichen, in gewisser Weise unsäglichen Zustand, wir haben einigermaßen gute, weil weit nicht perfekte, aber so einigermaßen gute Theorien für 5% der Materie und 95% stehen wir vor einem absoluten Rätsel, was da eigentlich los ist. Und das ist natürlich Zustand, wo wir sagen, das ist ja eine tolle Physik. 5% könnt ihr halbwegs erklären, na super. Also wir sind in einer Situation, die wirklich unglaublich ist, die Physik befindet sich dort in einer wirklich schwierigen Situation und ich hoffe auch, dass es richtig knallt, nicht im Sinne von terroristischen Aktivitäten, sondern im Sinne von theoretischen Überraschungen, die hoffentlich irgendwann mal kommen und die dann womöglich einen Weg bahnen zu diesen 95 unbekannten Prozent der Materie. Das könnte noch zu meinen Lebzeiten passieren, selbst wenn ich nicht 200 Jahre alt werde. Gut, also theoretische Entitäten, das ist das Typische von Theorien, da wird irgendwas postuliert, also Dinge oder Eigenschaften, also zum Beispiel die String-Theorie oder eben die dunkle Materie, das ist etwas, niemand hat es gesehen, kann man auch nicht sehen, aber die wird postuliert, die braucht man einfach, weil sonst mit der Expansion des Universums und mit der Rotation und sonst von Milchstraßen funktioniert Zeug nicht und da braucht man einfach dunkle Materien, dunkle Energie, sonst kommt man mit den Daten nicht zurecht. Also und da sagt man, ja die müssen wir haben und gut, da wird die postuliert, dann wird geschaut, ob man die irgendwie beobachten und entdecken kann und da wird dann rumprobiert, also das sind einfach hypothetische Entitäten und bei hypothetischen Entitäten, sozusagen per Definition, kann man einfach falsch liegen. Man sieht das Zeug nicht, sondern fordert, dass es das gibt, sagt, das muss es doch einfach geben, naja und damit kann man Unrecht haben. So, die Erklärung mittels Theorien, das werden Sie dann sehen, dieser hypothetische Charakter von Theorien macht dann in dem Abschnitt 4, wo es um die Verteidigung von Wahrheitsansprüchen geht, also Verteidigungs von, wie habe ich es genannt, Wahrheitsansprüche? Ne, habe ich nicht gesagt, sondern Verteidigungs von Wissensansprüchen, macht die natürlich besonders heikel, weil diese hypothetischen Entitäten, die können Sie nicht sehen, da müssen Sie wirklich Argumente bringen, warum es die geben soll. Und nachdem Sie die nicht beobachten können, können Sie nicht sagen, ja, guck doch mal hin, sondern da muss man irgendwas anders machen und das ist dann besonders schwierig, wie man das macht, dass es dann wirklich überzeugen wird. Nun, generell gilt jetzt, da komme ich aber dann in Kapitel 4, unter Kapitel 4 zu sprechen, also 3.4. Die Erklärung jetzt, wir sind im Erklärungsthema, ich habe jetzt nur kurz gesagt, was Theorien sind, in der Natur und Sozialwissenschaften. Die Erklärung mittels Theorien ist der Form nach ähnlich wie Erklärungen mit empirischen Verallgemeinerungen, sie leiten nämlich das, was Sie erklären wollen, aus der Theorie ab, also aus den allgemeinen Sätzen, müssen dann noch auch die Situation noch genauer schildern, also genau dasselbe, Sie haben also eine Situationsschilderung und die Theorie und dann können Sie die Erklärung für ein bestimmtes Phänomen leisten. Der Unterschied zur Erklärung mit einer Theorie im Vergleich zur Erklärung mit einer empirischen Verallgemeinerung liegt darin, dass die Erklärung mittels Theorien typischerweise irgendwie tiefer, grundsätzlicher, einsichtsvoller, irgendwie besser, also irgendwie haben Sie das Gefühl, da verstehe ich jetzt wirklich, was hier passiert. Und das möchte ich Ihnen mit einem Beispiel erläutern. Wir nehmen den freien Fall eines bestimmten Körpers, also Sie nehmen irgendwas, lassen es fallen, dann fällt das runter und dann sagen Sie, wieso fällt das eigentlich, wieso fällt das nach einer Sekunde auf 4,9 Meter oder irgend sowas und Sie wollen das erklärt haben und dann gehen Sie zu einem cleveren Ingenieur oder zu einem cleveren Physiker oder zu einem gut ausgebildeten Gymnasiasten. Okay, und der sagte, ja das kann man völlig erklären hier, da gilt nämlich das Fallgesetz, der Weg ist ein halb mal g, g ist eine feste Zahl, mal die Geschwindigkeit im Quadrat und dann kann ich dir erklären, daraus kann ich dir nämlich ableiten, dass nach einer Sekunde dieser Körper ungefähr 4,9 Meter gefallen ist, das liegt einfach daran, dass dieses g eine Abkürzung ist für eine Zahl und die ist 9,8 und wenn Sie davon die Hälfte nehmen, ist 4,9 und wenn Sie für t eine Sekunde einsetzen, t Quadrat mit dem Taschenrechner ausrechnen, dann kommt einfach raus, dass der Weg dann 4,8 Meter ist, so 4,9 Meter. Okay, dann haben Sie also mit Taschenrechner und diesem Gesetz haben Sie dann eine Erklärung dafür und irgendwie sagen wir, ja, also naja, also wirklich verstanden habe ich das jetzt nicht, oder? Also aha, interessant, der Weg geht also im Quadrat mit der Zeit, also das heißt doppelte Zeit, vierfacher Weg, dreifache Zeit, neunfacher Weg, ja, aber ja, also irgendwie hast du mir schon erklärt, aber irgendwie bin ich immer noch, irgendwie habe ich es doch nicht verstanden, ja, mit dem Fallgesetz, wie was ist denn mit dem Fallgesetz? Und jetzt können Sie diese Erklärung mit dem Fallgesetz, die können Sie sozusagen tiefer legen. Dann können Sie sagen, okay, jetzt kann ich dir aber erklären, was da dahinter steht, hinter dem Fallgesetz und das geht eben so, dass ich dir sage, du musst die Situation anders beschreiben, es ist nie einfach so, da haben wir die Erde und da fällt was auf die Erde, sondern in Wirklichkeit ist es so, dass wir zwei Körper haben, die sich gegenseitig anziehen, ja, und diese riesige Erde auf der einen Seite und diesen kleinen unschuldigen Pointer hier, der da zu Boden knallt, nur um Erkenntnis zu gewinnen, womöglich leidet und kaputt geht, wie auch immer, jedenfalls das ist die Realsituation, es ziehen sich zwei Körper an und dazu brauchen wir eine Theorie und nachdem es sich hier schlicht um materielle Körper handelt und nicht um menschliche Körper, meine ich hier, es geht um das Newton'sche Gravitation, die Newton'sche Gravitationstheorie und die sagt eben, dass die Kraft zwischen zwei gravitierenden Körpern, die Masse, die eine Masse mal die andere Masse, dividiert durch das Abstand, Quadrat ihres Abstands und hier multipliziert mit einer anderen Konstante, das ist das große G im Gegensatz zum kleinen G, das ist die allgemeine Gravitationskonstante und da können Sie dann sagen, okay, also die Massen haben generell, das ist ein Grundgesetz, wie Massen sich anziehen, das geht einfach mit 1 durch R², also doppelt so weit weg heißt viermal schwächere Gravitation, dreimal so weit weg neunmal schwächere Gravitation, das ist eine Grundeigenschaft der Gravitationskraft und wenn ich die verwende, dann kann ich in der Tat aus diesem hier, aus dem Newton'schen Gravitationsgesetz, kann ich das Fallgesetz approximativ ableiten und dann kann ich sagen, dann verstehe ich die Sache. Sozusagen, was ich hinnehmen muss, auch in diesem Fall, ist natürlich ein Grundcharakteristikum der Gravitation, nämlich, dass sie eben mit 1 durch R² geht. Das muss ich hinnehmen, da muss ich sagen, wenn man dann sagt, ja erklär mir doch das, dann muss man sagen, ja das ist schwierig, ja das kann ich dir ableiten aus der allgemeinen Relativitätstheorie, da kriegst du das für spezielle Fälle, dann sage ich, ja aber Moment mal, aber die allgemeine Relativitätstheorie, warum soll ich die dann glauben? Ja, die kann ich da, da ist jetzt dann zu Ende im Moment, ja vielleicht später. Also, es ist immer so, das Verständnis ist niemals abschließend, typischerweise wird der Abschluss erreicht durch den gegebenen Kontext. Es kommt immer auf den Kontext an, indem Sie Erklärungen geben, also Erklärungen sind extrem kontextsensitiv. Das ist etwas, was am Anfang in der wissenschaftsphilosophischen Erklärungsdebatte nicht gesehen worden ist und darum sind dort relativ viele Dinge schiefgegangen. Erklärungen sind extrem kontextsensitiv, das bedeutet, was man als eine Erklärung annimmt, was für eine befriedigende Erklärung ist, hängt ganz stark von dem Kontext ab, in dem man sich befindet. Also, für denjenigen, der nicht die Eigenschaften von Wasser erkennt und nicht weiß, auswendig gelernt hat, dass man bei einem wassergekühlten Motor, also Kühlmittel im Winter reinschütten sollte, nicht in den Motor, sondern in den Kühler, wer das nicht weiß, für den ist es dann eine Erklärung, wenn man dem sagt, du pass mal auf, weißt du das eigentlich, dass Wasser sich beim Abkühlen ausdehnt? Was? Ausdehnt? So komisch. Ach so. Ja, jetzt verstehe ich das. Also, wenn Sie das erste Mal hören, sagen, ah, jetzt verstehe ich das, während jemand in einem anderen Kontext mit der Erklärung vielleicht völlig unzufrieden, aus irgendwelchen Gründen. Also, das hängt immer vom Kontext ab, ob eine Erklärung, soll ich sagen, gelingt oder nicht gelingt. Das ist wichtig und es ist eben so, dass letzten Endes ein endgültiges Erklären gibt es jedenfalls in Naturwissenschaften bislang nicht, sondern man muss immer irgendwelche Ressourcen bereitstellen für die Erklärung, also die Erklärung verbraucht sozusagen Ressourcen und die Ressourcen selber sind im Moment natürlich dann unerklärt. Die sind die Ressourcen für die Erklärung, aber bedürfen möglicherweise selber einer weitergehenden Erklärung, so wie hier das Fallgesetz eben unerklärt ist, wenn Sie die Erklärung mittels des Fallgesetzes machen. Sie können aber das Fallgesetz seinerseits zum Gegenstand einer Erklärung machen, dann brauchen Sie aber andere Ressourcen, dann brauchen Sie dieses hier und dieses ist dann in dem Kontext unerklärt, ist die Ressource für eine Erklärung, ist selbst unerklärt und Sie können dann auch die Frage stellen, ja, hey, hey, was ist denn damit eigentlich los, wo kommt denn das her, kann ich das eigentlich verstehen oder kann ich das nicht verstehen? Also, Sie sehen also hier die Erklärung mittels Theorien, jedenfalls in diesem Fall, funktioniert analog der Erklärung mittels Gesetzen, sie wird irgendwie tiefer gelegt, aber es handelt sich um einen Erklärungstyp, der sehr ähnlich ist. Erklärung mittels Theorien, mittels Theorien haben noch ein anderes Charakteristikum, was auch dazu beiträgt, dass man das irgendwie das Gefühl hat dann, dass sie eben tiefer liegen, tiefer legen, irgendwie grundsätzlicher sind. Sie haben eine vereinheitlichende Kraft, weil sie typischerweise, so wie man das auch vom Klischee her kennt, von Newton, weil Newton drei völlig heterogene Phänomene mit einer Theorie hat erklären können, nämlich das Entstehen von Ebbe und Flut auf der Erde, das Fallen von Äpfeln und anderen Früchten, von Bäumen und auch von Nichtfrüchten und die Bewegung von Planeten um die Sonne und von Monden um die Planeten. Alles das, sagt Newton, das ist alles Ausdruck eines einzigen zugrunde liegenden, einer Gesetzmäßigkeit eben dieses Gravitationsgesetzes und dadurch bekommt natürlich die Erklärung sozusagen eine vereinheitlichende Kraft und ist in diesem Sinne dann systematisch, weil sie verschiedene Phänomene als Ausflüsse, als Erscheinungen eines ganz bestimmten Gesetzes zeigt. Also die völlig heterogen zu sein, also heterogen sind die Phänomene, ganz unterschiedlich, haben nichts mit, was hat denn Ebbe und Flut zu tun mit den Fallen von Äpfeln, ganz was anderes, aber nein, es ist alles sozusagen erklärbar über ein einziges Gesetz, über eine einzige Theorie und insofern haben die Theorien dann auch noch eine größere systematische Kraft durch Ordnung von Phänomenen und als systematische Quelle von Erklärungen, stärker noch als Gesetze, aber Sie sehen auch hier wieder, die Systematizität kommt nicht zu kurz. Im Alltagsleben haben wir auch Erklärungen mittels Theorien, nämlich wir machen mit hypothetischen Annahmen, die von nicht direkt beobachtbaren Entitäten Gebrauch machten, und da gebe ich Ihnen ein paar Beispiele, also insbesondere in der Alltagspsychologie, wenn wir von Charaktereigenschaften reden, Charaktereigenschaften sind niemals direkt beobachtbar, sondern manifestieren sich so oder so, dann alles, was wir an religiösen und pseudoreligiösen Theorien haben, sind Sachen, sind dann Theorien, die Religion nicht auf Theorien beschränken, überhaupt nicht, aber es gibt jedenfalls auch solche Theorien und pseudoreligiösen Theorien, die auch von unbeobachtbaren Gegenständen Gebrauch machen, also Leute, die glauben, dass Engel sie begleiten, ob das religiös oder pseudoreligiös ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Es gibt alle möglichen Sorten von Aberglauben natürlich, wo sie von unbeobachtbaren Gegenständen sprechen, dann die Vulgär-Astrologie, die sehr verbreitet ist, also jeder, der sagt, ich bin ein typischer Widder, Sie können auch Löwe oder Fisch einsetzen, das ist natürlich nur Vulgär-Astrologie, wo alle professionellen Astrologen nur die Nase drüber rümpfen, also das geht natürlich schon überhaupt nicht in der Astrologie, dann sämtliche Verschwörungstheorien, wo sie alle möglichen merkwürdigen, verschwörenden Entitäten annehmen und so weiter. Alles das sind Theorien in dem Sinne, dass sie unbeobachtbare Entitäten annehmen und irgendwelche Zusammenhänge über diese Entitäten aussagen in diesen entsprechenden Theorien. Die sind natürlich jetzt, die theoretischen Erklärungen, die sich daraus ergeben, sind typischerweise grob, skizzenhaft, mit schlecht überprüften Theorien, sind nicht quantitativ und selbstverständlich viel weniger systematisch als wissenschaftliche Erklärungen. Damit möchte ich Sie in die Pause lassen für acht oder zehn Minuten.